Hallo Freunde der Sonne, mein Name ist Sibaldo und herzlich willkommen zurück zu Ad Infinitum. Wir haben beim letzten Mal aufgehört, mitten in einer Sequenz, weil ich leider weg musste und wir sind in einem Raum gelandet, an dem ich einen Schalter betätigt habe und als ich das Spiel neu gestartet habe, kam das hier. Wir sind immer noch im selben Raum, aber hier brennt alles, ich habe keine Ahnung warum. Es ist derselbe Raum, wir haben da hinten den Schalter betätigt und warum jetzt hier alles brennt? Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube wir müssen hier raus. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Ich habe nämlich ... Oh ... Oh, oh ... Okay, die greifen mich nicht an, wie es aussieht. Ich sollte aber vielleicht hier raus. Nicht, dass ich hier verbrenne oder ersticke. Okay, ich beile mich vielleicht ein bisschen, das hört sich an wie ein Timer. Alles ... Oh mein Gott ... Oh ... Hau ab ... Ich dachte, die Dinger bewegen sich nicht ... Nein, das brauche ich nicht. Verstümmelung haben wir bekommen, Trophäe ... Aber was zum Henker war da los? Warum hat es da gebrannt? Ich hätte vielleicht nicht mitten in der Szene beenden sollen, oder? Die Gräben. Wir sind wieder mal in eine Gräben gelandet. Wunderschönes deutsches Wort. Gräben. Sorry. Okay. Ich bin nur froh, dass wir es geschafft haben. Mhm. Wir haben noch unsere Taschenlampe. Das ist gut. Die sollten wir nutzen. Hier sind wir also abgehauen. Mhm. Schön. Gut, gut, gut. Wir ziehen einfach weiter. Wir ziehen weiter. Wir sind diesem elenden Komplex entronnen. Mhm. Mhm. Ja. Ja, klar. Wo bist du gewesen? Och. Das war ich. Der Feind? Hilf mich im Stabsbunker. Es liegt an uns. Allein an uns. Okay. Ja. Wenn es an uns liegt, dann sind wir verloren, Mann. Dann sind wir absolut verloren. Zum Stabsbunker. Da ist das ... Das Lazarett. Das ... Ach, wir kommen von hier? Ne, wir kommen doch von da raus. Okay. Ich guck mal, ob man hier entlang kann. Das ist offensichtlich versperrt. Kann ich hier noch irgendwas lesen? Kann ich wohl nicht. Wir gehen dann in Richtung Lazarett, weil es keinen anderen Weg gibt. Uff. Ja, dieses Geräusch von diesem ... Von diesem ... Von dieser Lampe. Schrecklich. Auch hier ist zu. Hier sind die Sanitäranlagen. Und ... Doktor Eisenbarth. Sanatorium Doktor Eisenbarth. Und wie kühlig musst du lächeln, als du die aufgemalten Worte siehst. Warum? Nichts hier bringt mich zum Lächeln. Ganz ehrlich. Kann man sich hier was schnappen? Oh, guck mal hier. Was? Hallo? Boah, schrecklich. Weidenbachs Meldung. Warte. Sorry. Ich ... Es ist wunderschön. Wahrscheinlich. Für manche. Aber grad nicht, wenn ich lesen möchte. Weidenbachs Meldung. An den Stabsarzt. Hiermit möchte ich offiziell Beschwerde über den neuen Kompanieführer Leutnant von Schmidt einreichen. Er hat den Unteroffizieren eigert und fromm aufgetragen, ein Schild zu bemalen, um mich als Doktor Eisenbarth zu verspotten. Unsere Männer sterben mit ... äh ... sterben mir mit Verätzungen durch Giftgas unter den Händen weg. Dazu Fälle von Typhus. Obendrein nun der Spott des Leutnants und der Soldaten. Die glauben, ich könne mit Wundermitteln die Toten wieder zum Leben erwecken. Angesichts der fehlenden Erfahrungen des Leutnants habe ich versucht, Verständnis walten zu lassen. Doch auch ich habe meine Grenzen. Hochachtungsvoll, Doktor Weidenbach. 8. September 1917. Okay. Man kann es auch vergrößern, aber das ist mir egal. Kann man auf der Rückseite irgendwas sehen? Nein. Der arme Doktor. Er will doch nur Gutes tun. Denkt man. Sollte man meinen. Oh, guck mal hier. Ein Bad könnte ich echt mal vertragen, aber nicht in diesem Bad. Vielleicht in diesem hier. Okay. Oh. Hm. Noch eine Erkennungsmarke. Albert Eck. Sinsbach. Waldkirch. 12.01.98. Die nehmen wir mit. Was ist das? Wir haben kaum noch Kraft, uns aufrechtzuhalten. Wenn uns Deutschen das Aufgeben nicht erlaubt ist, dann werden wir eben sterben. Sollen wir eben zur Hölle fahren. Wenigstens reißen wir die Welt nicht mit uns. Johannes von Schmidt. Und auch hier gibt es eine Erkennungsmarke. Emil Anou. Lebach-Le-Sarlois. 5.02.97. Keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen wurde. Aber ich bin mir ziemlich sicher. Josef Katzig. Posen. 24.09.95. Auch die nehmen wir an uns. Und Fritz Henning. Aus Neuwied. Hier aus der Nähe. 29.03.93. In der Nähe von Neuwied hab ich mal gewohnt. Schön. Also nicht, dass hier Erkennungsmarken von toten Soldaten liegen, sondern dass die Stadt genannt wird. Das ist schön. So, hier ist noch was. Was bist du? Ein Gedicht, Teil 1. Einsam im Walde blüht wohl ein Blümlein rot. Bald. Allzu bald. Bin ich tot. Bald. Allzu balde. Fleugt wohl ein Stückchen Blei. Nimmt mir mein Sorgen. Mir ist halt einerlei. Heute oder morgen. Der Rest fehlt. Wir brauchen Teil 2. Wir müssen Teil 2 finden. Kaspar Hafner aus Ilkirchen, Erstein. 14.10.1900. Und hier noch ein paar religiöse... Was war das für ein Geräusch? Religiöse Bilder. Okay. Ich geh mal weiter hier rein. Ich glaub da hinten gab's noch irgendwas. Hier im Topf im Eimer ist nix. Mhm. Hier sind noch ein paar Betten. Vielleicht kriegen wir hier noch Erkennungsmarken. Nein. Ne, die Tür ist... Ja, die Tür ist aber nicht groß genug für uns. Klar. Oh. Oh mein Gott. Die Puppe. Die Puppe verfolgt uns überall hin. Die Puppe hat nichts als Verachtung für dich übrig. Was ich gut verstehen kann, liebe Puppe. Aber warum? Im Rollstuhl. Die Puppe wieder mal. Oh. Klaus Iwerk aus Hauen, Emden. 7.7.01. Neumanns Tod. Vertraulich. Betrifft totesgefreiten Neumann. Dr. Weidenbach. Ich habe beobachten müssen, wie die Unteroffiziere eigert und fromm den gefreiten Neumann nackt und in Stiefeln aus dem Graben auf das Niemandsland gestoßen haben. Er wurde erschossen. Nachdem ich seinen Körper bergen konnte, haben die beiden Unteroffiziere um seine Stiefel und Habseligkeiten gefeilscht. Ist es ratsam, dies dem Leutnant zu melden? Hochachtungsvoll. Hylka. Feldwebel. Alter. Okay. Das ist... Das ist ziemlich... Unehrenhaft, muss ich sagen. So zu sterben. Ach, wir sind wieder hier. Ja ne, das Ding will ich nicht anmachen. Wo können wir denn jetzt hier lang? Müssen wir wieder zurück. Hier gab es ja noch ein paar Wege. Das war zu. Von da kamen wir. Dann vielleicht hier lang. Oh ja, wir haben ja unseren Cutter. Alter. Ach so, ja. Ach so, ja. Erstmal, erstmal das Ding, was sich nicht bewegt, ne. War das so? Ja. Direkt verkackt. So ist richtig. Okay. Okay. Dann versuchen wir mal den Offizier zu treffen. Hier sind wieder irgendwelche Taubenfedern. Mhm. Ach ja. Das gute alte Scheißhaus. Latrine. Es wird als Latrine übersetzt. Das Scheißhaus ist eingestürzt. Fuck. Ja und wo soll ich dann jetzt latrinieren? Scheißhaus. Ich frag mich, ob das wirklich so da stand. Löwenpfad. Äh ja, wir gehen erstmal den Löwenpfad entlang. Glaub ich. Was ist das Gedicht? Dieselöl. Nach nicht einmal zwei Tagen treuen Dienstes fürs Vaterland war uns die Pumpe heute ausgefallen. Nichts wollte er helfen. Kamerad Eck hatte dann die Idee, dass unser neues Haustier vielleicht einfach Durst hat. Also haben wir ihr kräftig Dieselöl zum Saufen gegeben. Und siehe da. Ein kurzes Aufheulen und sie pumpt wieder. K-Licht. Okay. Können wir das dann jetzt auch? Wir brauchen wahrscheinlich erstmal ein bisschen Öl. Aha, da haben wir es doch. Mit Treibstoff lässt sich die Maschine sicher zum Laufen bringen. Wir brauchen Treibstoff. Woher bekomme ich jetzt Treibstoff? Okay, sonst kommen wir hier wahrscheinlich nicht weiter oder so, ne? Oh. Bei meiner Wachrunde im Morgengrauen habe ich jemanden gesehen, der sich durch die Gräben gestohlen hat. Es war Doktor Weidenbach. Er sah fahl aus wie ein Toter und hatte einen Rucksack dabei. Er sagte, ich solle mit meinem Bruder reden. Noch heute. Mhm. Ich weiß nicht, wer es dem Doktor verraten hat. Aber die Heeresleitung wird den Sturm auf den französischen Graben befehlen. Oder Morgengrauen. Mhm, das wissen wir. Sie wissen, dass es aussichtslos ist. Wir werden nur ein paar weitere Zeilen in den Verlustlisten sein. Ich habe den Doktor nicht wiedergenehmen. Vielleicht ist es das Beste, davonzulaufen. Aber ich kann nicht ohne meinen Bruder gehen. Oh. Johannes. 12. September 1917. Aber ich kann nicht ohne meinen Bruder gehen. Ich meine, es ist immer noch unser Bruder, ne? Wir können ihn nicht hier lassen. Der gute Johannes ist halt ein Guter. Er ist ein Guter. Das ist Blut. Hallo, liebe Taube. Sollen wir dich befreien? Oder soll ich dich abhacken? Wir befreien dich mal. Na du? Ich dachte, wir befreien dich. Du bist tot? Fuck my life. Shit. Hä? Ja, ich sollte hier nicht lang. Bin ich nicht gut. Bin ich nicht gut. Da hinten müssen wir noch hier irgendwie lang, ne? Wir müssen ja das Ding hier noch zum Laufen bringen. Äh, wo kommen wir denn hier hin? Ich guck nur mal. Wo kommen wir hier hin? Hier ist es sehr dunkel. Vielleicht bekommen wir hier unseren Treibstoff. Vielleicht aber auch nicht. Also ich muss auf jeden Fall da hinten noch lang, ne? So ist ja nicht. Aber ich würde gerne erstmal hier schauen, was es hier gibt. Denn ich denke, dass da hinten spoilert oder triggert die Hauptstory. Und ab dafür. Einmal hier durch. Woosch. Vielleicht finden wir hier das, äh, Gedicht Teil 2. Was ist das? Der Tank scheint voll mit Dieselöl zu sein. Jetzt brauchst du nur noch einen Kanister. Perfekt, siehst du mal. Ich wusste doch, hier gibt's was. ich brauche ein kanister und was bist du der tank ist leer hier gibt es nicht zu holen verstehe okay alles klar wir brauchen einen genieße vielleicht hat der wagen ein kanister autos haben normalerweise immer so ein kanister hinten drin schauen wir mal ob dieser wagen hilfreich ist das ist das hier für eine pfütze sollte ich vielleicht nicht rein so mein freund tank laster sag mir du hast irgendwo ein kanister bei dir ja geil da ist er doch okay moment quittierter lieferschein aktueller lagerbestand 14 fässer je 260 liter fassungsvermögen heute geliefert drei fässer je 260 liter fassungsvermögen sehr gut leerer kanister er ist leer aber riecht immer noch nach dieselöl nur her damit da hinten ist noch eine hütte das schaue ich mir noch mal kurz an es ist sehr dunkel hier gibt es wohl nichts schade das wäre doch perfekt für ein kleines secret wohl nicht hier kann ich auch nicht durch nur wir holen uns ein bisschen was vom diesel vom öl jetzt wahrscheinlich auch nichts drin tank ist leer hier gibt es nicht zu holen ok daneben hier gefüllter dieselölkanister du hast ihn mit dieselöl gefüllt perfekt und der rückweg wird nicht so einfach oder doch doch sieht gut aus immer schön die hand voraus immer schön die hand voraus und jetzt ab aufs scheißhaus natürlich nicht so ich fühle das ding mal wir pinkeln einmal schön rein und jetzt was passiert generator der generator läuft auf jeden fall was der in gang sitzt das weiß ich aber dieses rohr hier das wird es uns bestimmt sagen dafür müssen wir natürlich erst einmal hier dran vorbei ja das ist das mit dem spaß ich nicht leid das hier zuerst okay langsam ganz langsam und was auch immer dieses vieh da hinten war das gefällt mir gar nicht gar 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 nicht gar gar nicht so letzte das sind alles vögel hier und es regnet federn wow okay das ist creepy und ich laufe noch drauf okay sorry liebe vögel warum ihr sterben musstet ist mir immer noch ein rätsel immer mal wieder finden wir diese toten tauben oder vögel oder schieß hier runter gekrochen ja und ich will natürlich hinterher klar schnell weg wo ist das rohr hier ist das rohr hier geht es weiter mit dem löwen fahrt und der hamburger schusssee aber wir kommen hier nicht weiter das rohr für uns hier entlang aber auch hier ist der löwen fahrt was denn alter was war das was passiert irgendwas habe ich übersehen weiß nicht warum er dieses geräusch von sich gegeben hat komm schon mach licht das rohr führt hier immer noch entlang das heißt wir sind nicht falsch und jetzt führt das rohr noch darunter der schwarze weg ist nicht ein schwarzer weg es ist der schwarze weg warum wird der so genannt alter die pfütze okay da ist eine leiter und das rohr führt auch runter wir werden runter gehen das geräusch hat mir jetzt gerade gar nicht gefallen alter was ist das hier bloß keine geräusche machen sind das wieder diese viecher die nach geräuschen gehen okay da hinten geht es lang ich gucke erstmal was in der richtung ist hier ist mal was wenn es wieder wie aus kübeln gießt dann trägt das wasser die kläglichen überreste der gefallenen zu tage die auf diesem gott verlassenen acker ihr leben gelassen haben eigentlich liebe ich den geruch von frischem regen auf der erde aber hier dieser süßliche verweisungsgeruch er setzt sich einfach überall fest in der uniform in den haaren selbst mein essgeschirr mag ich inzwischen nicht mehr anrühren ja ich weiß ganz genau wovon er redet von diesem süßlich nicht nein süßlicher verwesungsgeruch der ist ekelhaft also wer schon mal diesen geruch in der nase hatte ja ich hatte mal eine taube die ist auf dem dach verendet die ist da gestorben aber der geruch kam durchs fenster rein und keiner wusste was es ist bis die taube gefunden wurde ekelhaft ekelerregend dieser geruch ich hasse es okay ich gucke erstmal ganz kurz was es hier gibt ja irgendeine trophy bekommen allwissend hieß die ob das jetzt bedeutet dass wir alle dokumente gefunden haben bezweifle ich weil hier liegt noch was der geflutet schacht leutnant von schmidt hat uns beauftragt den alten schacht auszupumpen unsinn natürlich beim nächsten regen läuft er wieder voll kamerad eck hat im schlamm die reste einer französischen uniform gefunden sinnvoll da unten verreckt bevor uns dieser verdammte fleck erder in die hände gefallen ist wenn der leutnant uns weiter zu schuften lässt obwohl wir kaum was zu fressen haben holt der schlamm uns auch bald kein licht ja das ist klar okay wo müssen wir denn jetzt lang das sieht ja aus wie der richtige weg moment ich gehe ganz kurz doch hier lang ob das hier vielleicht eine sackgasse ist aber wir kamen jetzt nicht von hier oder wir kamen von dort ich will nur kurz gucken was es hier gibt kurz okay aber das sieht aus wie eine sackgasse hier tatsächlich oh ich kann man speichern okay das heißt wenn ich sterben sollte was höchstwahrscheinlich der fall sein wird kommen wir hier wieder raus okay das ding bewegt sich glaube ich sogar es läuft also hier rum das tut mir nicht wirklich gefallen das ist etwas das mir gar nicht gefällt und diese lampe junge die kippen auf den schack so einmal hier durch bitte alter was ist das erkennungsmarke antoine emile aus st melo 12.01.98 oh mein gott diese geräusche junge die sind so laut okay da komme ich nicht lang ich höre sie sehr genau aber ich sehe sie nicht ich gehe jetzt mal da hinten hin die puppe sagt nicht dass die puppe es ist die puppe glaube ich was ist das ohne das eine von diesen puppen die uns gejagt haben vorhin was es auch nicht besser macht oh ich sehe es ich habe es gerade gesehen ganz leicht junge was machst du mit dem geräusch du bist doch kein elefant geht das wieder zurück es kommt hier hin aber doch her geht es nicht mehr auf licht und doch 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 moment ich muss mit licht hier hinlocken oh mein gott das kommt nicht dran vorbei ich muss weg okay hier lang ich sehe nichts ich sehe nur schemenhaft dass hier irgendwelche betten sind wo ist das ekelhaft eine ekelhaft stelle ist das nein 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 ich habe ziemlich verarschen wieso man denn an tier vorbeikommen man was 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 okay jetzt kann man die vorbei oder wir müssen immer so ein bisschen locken dass mich in ruhe lass mich in ruhe du kackvieh ich krieg kein licht mehr an vielleicht ist das auch nicht mehr wichtig komm 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 maske 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 henry henry maske k licht oh k licht ist also auch tot natürlich masu hofken lützen 18.09.70 wer ist das hier kamil javet aus herblay 7.07.2001 1901 mundraub kassik ewerk und ich haben die eisernen rationen satt die lieblinge des leutnants bekommen alles was sie wollen jetzt holen wir uns einfach klammheimlich was uns zusteht korn obstbrand und tabak unsere beute verstecken wir im alten schacht niemand traut sich darunter wir haben keine angst mehr nicht vor dem leutnant und nicht vor dem schacht bald ist eh alles vorbei l l ok sind die fiecher hier auch ich dachte die überleben hier drin nicht oh gaspard hubert aus istress 14.10.1900 ok hier geht es hier geht es nicht weiter das ist was wir schon gelesen haben mundraub betreten verboten und dennoch sind wir hier da hoch müssen wir wahrscheinlich aber vorher josef kaplan oder kaplan aus poitiers poitiers keine ahnung 24.7.1995 wo geht es nochmal hoch da maske ab die sicht in dieser maske ist katastrophe kriegs ach kriegsanleihen wieder mal ja ja das kennen wir hier können wir nicht durch verdammte kacke man hier geht es zum osten oh moment sind wir hier richtig wir sind auch hier wieder in diesem in diesem bunker von dem offizier oder glaube ich schlafplätze ok ich ich mache hier mal die dinge ab ich gucke aber erst einmal ob ich hier vielleicht irgendwo noch hinkomme hier kann man speichern sehr gut ok das ding kann man zum glück nicht anmachen die musik macht mich wahnsinnig ähm ich glaube das ist der wo der offizier ist oder moment ich gehe erstmal hier lang haben wir hier nicht schon mal wir sind ich bin ziemlich sicher dass wir hier schon mal waren ich sag nie wieder was karnei aus berlin 9.9.81 wir waren noch nicht hier wie es aussieht oder wir waren hier und ich habe das übersehen hier gibt es sonst nichts für uns schlafplätze ja weiß ich doch norden hier ist natürlich zu da kommen wir nicht weiter habe ich durch die tür hier natürlich nicht ok und hier sind wir wieder in diesem raum ne ja 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 aber wo ist er warum wird das jetzt hier so ungemütlich mit der musik was ist hier los das haben wir schon mal gelesen auch das ding nehmen wir an uns allein an uns jawohl wenn wir mehr wie ihn gehabt hätten absolut herr kommandant ja er hat das zeug zum offizier material für meine flugstaffel sie können sich auf mich verlassen ok welcher kommandant man mit wem redest du da da bist du ja soldat ja klar ich wusste dass ich mich auf dich verlassen kann auch wenn du dem großen saboteur nicht das handwerk gelegt hast aber wir werden uns auch ohne waffen zu helfen wissen steh bequem kamerad deine zuverlässigkeit und dein ehrgeiz zeichnen dich aus mir ist es endlich gelungen kontakt zur heeresführung herzustellen allerdings ich sage dir das nicht gerne wir sind auf uns allein gestellt klar dieser töne und verräter in der heimat treiben uns einen dolch in den rücken sie wollen den kaiser und die oberste heeresleitung zur kapitulation zwingen diese Feindlinge haben keine ahnung was hier an der front vor sich geht wir werden überrannt vielleicht waren es sogar diese vaterlandsverräter die all diese Mist geworden gegen uns gehetzt haben die unsere gräben verseuchen was war das der Feind greift jetzt sogar aus der Luft an ausgerechnet es hasst das Licht ich konnte es mit Flaggscheinwerfern blenden dann hat es mit seinem Schrei einen Kurzschluss ausgelöst Sicherung, Kabel, alles ausgebracht wohin läufst du? dieser Feind kennt keine Gnade er wird nicht an unseren Grenzen Halt machen wenn wir die Waffen strecken wird er über das Vaterland herfallen gib mir das Gewehr alles wofür wir jemals gekämpft haben wäre verloren ja deswegen sie zählen auf uns an Bord meines Flugzeugs befindet sich technisches Gerät unter anderem Sicherungen draußen auf dem Niemandsland stillgestanden Soldat kämpf dich zum Flugzeugwrack im Westen vor sichere das Material die Sicherung für den Flaggscheinwerfer dann blenden wir dieses Ungetüm ich gebe dir von dort oben Rückendeckung ich sehe mittlerweile wieder sehr klar ich werde ein Auge auf dich haben und dann dann werden wir ein reinigendes Feuer sein wir werden den Feind dahin raffen natürlich und uns den Weg nach Hause verdienen ohne Schwanken ohne Zögern für die Freiheit und das Vaterland wegblenden Soldat na klar ok jawohl alter wie willst du was sehen du hast ein Verband um beide Augen das ist unmöglich Punktbefehl bereithalten Diensthabender Funker Unteroffizier Johannes van Schmitt Datum 10. September 1917 Achtung streng vertrauliche Order an den Diensthabenden Offizier der Druck auf unsere Truppen und unsere Heimat wächst folglich müssen sich äh müssen auch wir den Druck erhöhen jedes Zögern kann uns den Sieg kosten halten Sie sich bereit für weitere Befehle Oberhauptmann Oberhauptsleutnant keine Ahnung okay ein Schlüssel der Schlüssel du hast den Heldenweg Schlüssel gefunden den Heldenweg so fühle ich mich überhaupt nicht dein Tisch du bist zurück das ist mein Tisch kann ich hier hoch oh ja da kann man hoch oder nein da kann man nicht hoch ich muss wohl hier entlang okay Moment war jetzt sonst noch irgendwas ja da ist der Kaiser vielen Dank nochmal ich wurde aufgeklärt ich hatte irgendwann mal ein ein Bild gesehen von einem Mann in Uniform und es ist natürlich Kaiser Wilhelm gewesen vielen Dank nochmal für die Info ich bin eine Niete in Sachen Historie ach hier sind wir ja klar das ist doch unser unser altes Büro dachte ich aber es sah irgendwie anders aus das ist nicht ganz genau unser Büro Funkbefehl Scheinwerfer Diensthabender Funker Unteroffizier Johannes van Schmid äh Achtung streng vertrauliche Order an den Diensthaben Offizier Ab sofort sind sämtliche Suchscheinwerfer unserer Flugabwehr FLAC an ein elektrisches System gekoppelt hierbei handelt es sich um äußerst sensibles Kriegsmaterial für den Einsatz ist eine durchgängige Stromversorgung dringend zu gewährleisten sämtliche Feldabschnitte zur Versorgung sind vor feindlichem Zugriff und Sabotage zu schützen OHL dein Telegraph was achso dein Telegraph 27 wartet auf deinen Befehl deine direkte Verbindung zur Heeresleitung ok aber hier geht es ja auch nicht weiter achso das kann ich natürlich jetzt von hier öffnen wo ist denn jetzt dieser dieser Heldenweg der Heldenweg natürlich das wird nicht so gut enden wie ich denke oder ich habe meine Bedenken aber wir werden natürlich tun was wir müssen um glorreich aus dieser Schlacht hervorzutreten die schon längst verloren ist ok wir sind wieder hier gelandet ja na ihr na ihr bäh linge keine Dinger daneben ne ne ok das sieht aber auch nicht aus wie ein Mensch ehrlich gesagt ich habe keine Ahnung was das ist aber das so ein Vieh bloß nicht dagegen laufen die sind so laut diese Blechdosen der gute alte Heldenweg ja und das Rattennest ja da fühle ich mich wohler ab ins Rattennest gibt es hier irgendwas für uns nö außer ein paar Schnittwunden gibt es hier nichts hallo wo sage ich der Offizier hin Achtung Feindfeuer der konnte uns nicht mal ein Gewehr geben der Penner weil das selber behalten wollte der Schlammweg äh ich habe kein gutes Gefühl dabei gar nicht hier haben wir was zum Speichern sehr schön oh Postkarte von Erich mein Liebchen ich glaube das haben wir schon gelesen ne Feldpostkarte Postkarte besondere Formation Flieger was Funwa und so weiter steht da unter da unten ok küss küss mein Mämmchen von mir dein Erich das haben wir schon mal gelesen ja ich erinnere mich also ich erinnere mich an äh mein Liebchen hier ist nichts ich gucke immer mal links und rechts damit ich auch ja nichts übersehe Kopf runter wohl Erkopf hoch denn hier müssen wir hoch diese Fliegen da liegt noch einer alter ok wir gehen wir gehen weiter k Untertitelung des ZDF, 2020